Die Regenbogenpferde sind frisch da und passend dazu gibt es wieder einen Gutschein-Code und mit dem Gutschein-Code 4WholeDances bekommt ihr 25 Star Coins. Das ist also ein weiterer Code, jetzt hier passend zu dem ganzen Event hin und her mäßigen und bringt euch 25 Star Coins. Also ich bin gespannt, ob Starstab jetzt während der ganzen Eventzeit noch ein paar weitere Codes raushaut. Auf jeden Fall haben wir hiermit jetzt weitere 25 Star Coins und der eine oder andere, der mir geschrieben hat, dass ihm nur noch 5 Star Coins oder 10 Star Coins fehlen, kann damit sich jetzt natürlich auch dann eines der Wetterpferde hier kaufen. Auf jeden Fall werden wir heute Abend weiter noch ein bisschen unsere Pferde leveln, so ja, gegen 19.30 Uhr rum. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und dann genießt eure Star Coins und vielleicht sehen wir uns nachher dann zum Leveln mit unseren neuen Wetterpferden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.